Hallo? Colette, ich bin's, Jean. Jean, du Mistkerl. Du wolltest mich doch schon vor zwei Tagen anrufen. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht, Liebling, noch nicht. Ist alles in Ordnung? Gestern gab es wieder einen Luftangriff. Der Strom fällt immer wieder aus. Diese russischen Schweine, die sind ja bestimmt bald los. Wir haben große Fortschritte gemacht, seit die Amis da sind. Dann gewinnt ihr also? Genau. Der amerikanische Kolonel ist ein ungehobelter Kerl. Und seine Schlachtpläne wirken manchmal total irre. Aber sie funktionieren. Jean, letzte Nacht hab ich geträumt, du wärst tot. Ich bin weinend aufgewacht. Beruhige dich, Liebling. Ich bin ja bald wieder da. Dann sitzen wir auf dem Balkon und reden, bis die Sonne untergeht. Und dann? Du gehst wieder zu deiner Frau zurück, oder? Bitte, Liebling. Ich muss mich erst um die Russen kümmern. Dann kümmere ich mich um meine Frau. Sei vorsichtig. Klar. Morgen geht es wieder in den Kampf. Aber ich rufe an, sobald es vorbei ist. Ich liebe dich. Die Russen erwiesen sich als zähe Gegner, die nur im absoluten Notfall nachgaben und dafür sorgten, dass wir jeden gewonnenen Zentimeter teuer bezahlten. Doch nach wenigen Tagen tat sich eine Lücke in den sowjetischen Rhein auf. Und Colonel Sawyer schickte mehrere Kompanien durch. Das sowjetische Hauptquartier war entdeckt und wir sollten es so schnell wie möglich zerstören. Im Erfolgsfall würde die sowjetische Verteidigung fallen und Frankreich wäre wieder frei. Versagten wir jedoch, wären wir von der Hauptstreitmacht abgeschnitten und erledigt. Es war eine gewagte Aktion, typisch für den Körner. Ein Schlag muss tödlich sein, alles andere verschwendet bloß Zeit und Energie, sagte er einmal. Und dieses Motto zeigte sich bei all seinen Entscheidungen. Er war sich immer sicher. Aber die Welt war es nicht. Ein Unsicherheitsfaktor war Captain Bannon, der... Wir bringen unsere Vorhut über die Brücke. Die Hunde haben sich bestimmt verschanzt. Oh, ja. Ich habe Artillerie-Sperrfeuer angeordnet. Das sollte sie beschäftigen. Wir dürfen nicht nachgeben. Ah, diese Heuschrecken sollen aus meinem Land verschwinden. Morgen werden sie weg sein, Kommandant. Parker, Sie leiten heute den Angriff. Bannon stellt die Reserve. Reserve? Sir, meine Kompanie sollte an der Spitze stehen. Ihre Panzer werden wir noch früh genug brauchen, Captain. Sir, wir verpassen ja die Schlacht. Geht es hier um Ruhm und Ehre, Captain? Nein. Die gibt es da draußen nicht. Und jetzt informieren Sie Ihre Männer. Ja, Sir. Das ist unser Signal, Parker. Gehen Sie zu Ihrer Einheit, starten Sie in 10. Das ist unser Signal. 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 Parker, ich will, dass Sie angreifen, sobald das Sperrfeuer aufhört. Durchqueren Sie die Stadt und greifen Sie den Kommandoposten bei der Kirche an. Wir haben nicht viel Zeit, bevor unsere Hauptoffensive beginnt, Kolonel. Er hat recht, Parker. Wir müssen der Schlange den Kopf abschlagen, bevor die Offensive startet. Und die Zeit ist knapp. Ich zähle auf Sie. Machen Sie es richtig, dann retten wir viele NATO-Soldaten. Und Parker, ich muss Ihnen das sicher nicht sagen, aber die engen Straßen kämen Ihrer Infanterie gut zu pass. Panzer hätten dort Schwierigkeiten zu manövrieren. Die Kavallerie gibt uns etwas Heli-Unterstützung. Sie kann uns helfen, Hinterhalte und andere Feinde zu entdecken. Aber die Helis sind nicht besonders gut bewaffnet. Also passen Sie auf, wo Sie sie hinschicken. Beginnen Sie jetzt Ihren Angriff, Lieutenant. Fangen Sie mit der Einnahme der Brücken an. Bannon, lassen Sie ein Platoon hier, damit es die Brücken verteidigt, sobald Parker sie erobert hat. Der Rest Ihrer Truppe soll Commandant Sabatier schützen, wenn er über die Flanke im Süden geht. Sir, kann der Kommandant nicht selbst für seine Sicherheit sorgen? Meine Kompanie sollte lieber Parker unterstützen. Diskultieren Sie nicht mit mir, Bannon. Ihre schweren Panzer wären leichte Ziele in diesen engen Straßen. Und jetzt rücken Sie aus. Und denken Sie an die Kirche, Kolonel. Okay, verschonen Sie die Kirche, Parker. Sie ist sehr alt und für unsere Verbündeten von besonderem Wert. Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Sie haben den Kommandanten gehört. Wenn das Gebäude jedoch zwischen Ihnen und Ihrem Missionsziel steht, legen Sie es in Trümmer. Eagle 6, over. Tempo bei der Reparatur. Tempo bei der Reparatur. Tempo bei der Reparatur. Achtung! Einheit getötet! Einheit getötet! Einheit getötet! Mittelschwerer Panzer hat Ziel erfasst! Gute Arbeit! Nächstes Ziel! Unser Chieften ist... Wir sind jetzt auf dem Weg! Wir sind bereit abzurücken! Chieften hat ein Ziel! Feuer! Sind zu Koordinaten unterwegs! Parka, kümmern Sie sich um die Mörser auf dem Hügel! Es stehen Luftlande-Einheiten bereit, die Sie anfordern können! Eagle 6, over! Schieft den Kraft ab! Er Erdwirt! Lasergesteuerte Ladung bereit, wir unter Wissen! Endlich! Schau mit dem Feind aus! Truppentratt wir bringen das Ding wieder in Fung! Tanzen, Tanzen, look down! Sie haben die Bombe für diese abgeleucht, die Erdwirt-Endel! Phosphorgranate geladen! Schieft die Phosphorgranate ab! Schießen eine Phosphorgranate ab. Reifen mit Phosphorgranate auf. Wir gehen euch sofort zu dem Grenzbereich. Schießt eine Phosphorgranate ab. Den Grenz schießt auf das Ziel. Phosphorgen wird weg mit Reparatur an. Feinde im Gebäude wurden schwer getroffen. Schiften ab und Ziel erfasst. Feuer! Feind wurde neutralisiert. Feind wurde vernichtet. Mittelschwerer Panzer greift den Feind an. Muss etwas treffen. Wir beheben das Problem sofort. Panzer braucht den Feind. Wir sind schon unterwegs, Sir. Wir brauchen einen Panzer, fast. Feuer! Der Feind ist weg. Geht euch sofort zu dem Grenzbereich. Zielort erhalten, wir rücken aus. Feind wurde neutralisiert. Fahren zu dem Grenzbereich. Hier Panzer. Wir sind jetzt auf Panzer, rückt aus. Jawel, Heertruppen kann fahren jetzt los. Wir sind bereit abzurem, Sir. Wir sind unterwegs. Geotransport schnell. Abfall. Leicht der Schwerer. Abfahr bereit. Truppentransporter meldet sich jetzt und los. Jawel. Fahrzeug münd. MG bereit. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir greifen mit Phosphorgranaten an. Schaltet den Feind an. Wir stehen auf die Feinde. Schütz. Tempo bei der Reparatur. Ihr Inquisitor formieren uns für Bombenangriff. Ende. Wir werden wie befohlen beseitigt. Unser Schieber... Raufvorhang aktiviert. Ziele gesichtet. Volltreffer. Feind wurde vernichtet. Gut gemacht, Parker. Bannons Kompanie verteidigt die Brücken, während Sie zur Kirche vorrücken. Wir sind angegriffen. Haben einen Feind ausgeschaltet, Sir. Hüften ist unterwegs. Parker, wir müssen die Stadt säubern. Beeilen Sie sich, aber seien Sie vorsichtig. Fordern Sie Feuerunterstützung an, falls nötig. Eagle 6, over. Infanterie-Ziel wurden neu verlegiert. Panzer wurde entdeckt. Chiefton ist unterwegs. Parker, unternehmen Sie etwas gegen die Artillerie. Erobern oder vernichten Sie sie. Ich fordere einen Luftangriff an und lasse eine Schneise freimachen. Eagle 6, over. Mittelschwerer Panzer hat Sie... Schiefton ist unterwegs. Früchte das Ding zusammen. Wir liegen hier unter schweren... Tempo bei der Reparatur. Schieft uns nach Gebäude. Früchte das Ding zusammen. Reicht den Geschirr aus. Überrasch haben Sie nur fast. Feuer! Tempo bei der Reparatur. Schieft uns nach Gebäude. Nummer 1 ist erledigt, Parker. Weiter so. Kapitän Bannon, decken Sie die rechte Flanke? Ich glaube, dort hat sich etwas bewegt. Ja, aber ich kann dort nichts sehen. Absolut nichts. Sind Sie sicher, Kapitän? Ja, Kommandant. Ich bin sicher. Kein Wunder, dass ihr euer Land nicht selbst verteidigen könnt, wenn ihr vor jedem Schatten Angst habt. Das reicht, Bannon. Konzentrieren Sie sich auf die Mission und bleiben Sie vom Funk weg, wenn es nichts Wichtiges gibt. Diese Mörser sind jetzt kein Problem mehr, Parker. Gut gemacht. Wir fahren mit der Reparatur an. Panzer los. Tempo bei der Reparatur. Schieft uns setzen noch eine Nahten ein. Rügt das Ding zusammen. Feindliche Geschützstellen. Sie müssen diese Position zurückerobern, Parker. Der Iwan verschanzt sich und wir verlieren den Kampf, wenn ihm das gelingt. Tempo bei der Reparatur. Schieft und fahren los. Sir, losfahren. Losfahren. Feindliche Fahrzeugleiter an. Mittelschwörerpanzer rückaus. Rügt das Ding zusammen. Achtung. Wir haben eine Einheit vor mir. Wir haben eine Einheit vor mir. Atacağız. Dies braucht Grenade ein. Mittelschwörerpanzer rückt aus. Zielt auf den Feind und schießt! Schießt eine Phosphorgranate ab! Bevor ein Gefeind wird angegriffen! Greifen mit Phosphorgranaten! Phosphorgranate ist geladen! Phosphorgranate erfasst und geschütz geladen! Zielt auf den Feind und schießt! Mr. Schwerer Panzer greift ins Panzer und schaltet den Feind aus! Gut gemacht, Parker! Sie haben gerade einen deutschen Raketenwerfer erobert! Unterstützen Sie damit Ihren Angriff! Wir bringen das Ding wieder in Fuß! Haben Sie Befehle für die schwere Artillerie? Wir sind bereit, abzurücken! Wir beheben das Problem sofort! Beginne mit Reparatur! Wir können für schwere... Haben Feuerlösung erhalten! Panzer ist kampfbereit! Sir, wir sind unterwegs! Mittelschwere Panzer ist unterwegs! Die Artillerie kommen zu der Position! Artillerie in Bereitschaft! Ja, Commandant, wir greifen an! Panzer ist kampfbereit! Wir haben aus dem Gebäude einen guten Treffer gelandet! Sie haben aus dem Gebäude einen guten Treffer gelandet! Sie haben aus dem Gebäude einen guten Treffer gelandet! Sie werden angegriffen! Sie haben aus dem Gebäude einen guten Treffer gelandet! Wir bringen das Gürze. Mittelschwerer Panzer einsatzbereit. Mittelschwerer Panzer meldet sich zum Dienst. Panzer, auf dem Weg. Wir besetzen den Grenzbereich. Noch ein Bollwerk erledigt, Parker. Kommandant Sabatier, wie ist Ihr Status? Wir nähern uns dem zweiten Wegpunkt und haben den Feind noch nicht gesehen, Kolonel. Eagle 6, hier ist Bannon. Hier ist noch nichts passiert, Sir. Er bitte Erlaubnis, den Angriff auf die Stadt zu unterstützen. Over. Abgelehnt, Bannon. Bleiben Sie bei Kommandant Sabatier. Eagle 6, over. Sind zu Koordinaten unterwegs. Parker, das Divisions-Over-Kommando hat beschlossen, dass die Luftlandeeinheiten woanders gebraucht werden. Ich wollte das verhindern, aber es ging nicht. Sie stehen Ihnen also nicht mehr zur Verfügung. Eagle 6, over. Abfalltreffer erzielt. Beginne mit Reparatur. Schiffenzieher und Arme, steht nicht. Frostforkranate ist geladen, Sir. Fahren zu dem Grenzbereich. Wir bringen das Ding wieder in den Fonds. Unser Chieften ist verfügbar. Panzer, look down. Panzer ist unterwegs. Wir können das Spiel für Spärfeuer sorgen. Brauchen Sie Feuerunterstützung? Koordinaten erhalten. Feuer! Mittelschwerber Panzer meldet sich zum Dienst. Wir beheben das Problem sofort. Beginne mit Reparatur. Wir brechen das Ding wieder in den Fonds. Wir haben den Feind. Wir beheben das Problem sofort. Beginne mit Reparatur. Wir besetzen den Grenzbereich. Wir bringen das Ding wieder in den Fonds. Wir beheben das Problem sofort. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Panzer, look down. Vorher, bitte. Wir werden angegriffen. Panzer ist kampfbereit. Beginne mit Reparatur. Wir haben den Panzer besiegt. Fahren zu dem Grenzbereich. Panzer, look down. Grenzbereich-Koordinaten erhalten. Sind unterwegs. Feind erfasst und geschütz geladen. Überwollt die Feinde. Feind gesiegt, greifen an. Feind beschont. Schießt eine Fussfotrack an. Schießt eine Fussfotrack. Schießt den Kraft an. Schaltet den Feind aus. Wir sind schon bestätigt. Der Grenzbereich ist unser Ziel. Los! Lesen wir uns weiter so. Verdammt, wir werden ein... Die Tür haben eigene Einheiten ausgelöscht. Sprechen Angriff ab. Ende. Unser Tiften ist verfügbar. Befehl kann nicht ausgeführt werden, Sir. Sir, wir sind... ... alle Position gegriffen. Die Hälfte ist geschafft, Parker. Wir schießen auf den Feind. Schneller laden und schießen, Jungs. Ja. Wir sind unterwegs. Feind gesiegt ist. Greifen an. Feinde im Gebäude wunsch. Auf gar keinen Fall. Greifen an. Freik bitte Reparatur an. Wir liegen in den Koordinaten unterwegs. Mittelschwerer Panzer hat sie... Wir haben fast die ganze Stadt gesäubert, Parker. Es können nicht mehr viele von diesen Bastarden übrig sein. Fakt mit der Reparatur an. Freik bitte schneller laden und schießen, Jungs. Wir entschaltet den Feind. Wir sind nicht in den nächsten. Mittelschwerer Panzer hat sie doch fast. Mit fast vorgranatieren. Wir halten, wir rücken aus. Ja. Wir sind unterwegs. Begebt euch sofort zu dem Grinsbereich. Arme, liebe Fisch, Sperrfeuer ist unterwegs. Die Stadt ist gesichert und der I-Bahn auf der Flucht. Wir dürften bald alles geschafft haben. Artellerie ist erreicht. Lieber zu uns einfach befehlerei. Wo sollen wir hin? Tempo bei der Reparatur. Wir können jedes Ziel erreichen, Kommandant. Gebäude im Visier. Feuer! Wir haben das Ziel aufgeschafft, Kommandant. Brünst das Ding zusammen! Mittelschwerer Panzer ist unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben den Feind zerstört. Schnauer ab, unsere Lichtjungs. Schartet den Feind aus. Wir können zu schweren Sperrschießen mit voller Wirkung. Wir sind schon unterwegs. Wir brauchen Sie als Lichtjungs. Wir sind schon unterwegs, Sir. Fasport anreiben. Schiebt auf das Ziel. Wir brauchen die Reparatur. Wir brauchen Sie die Jäge, Kommandant. Wir greifen ein. Mittelschwerer Panzer werden sich zum Ziel ver intermittiert. Ich fühle das Ding zusammen. Wir schießen auf den Feind. Tempo bei der Reparatur. Schuss losfallen. Fussfordernat! Fussfordernat! Sie müssen eine Fussfordernat angreifen! Fussfordernat angreifen! Fussfordernat wurde neutralisiert. Der Grenzbereich ist unser Ziel! Wir brauchen einen Abwärtsabwärts! Brauchen Sie jetzt ein Fluss! Zuford zum Grenzbereich! Wir sind auf dem Weg! Panzer ist abwärts! Wir sind unterwegs! Panzer wurde entdeckt! Schiften erbittet Befehl! Eagle 6! Feindliche Kolonne auf dem Weg zu den Brücken gesichtet! Wir können nicht angreifen! Sie ist zu weit weg! Das ist ein Gegenangriff! Kümmern Sie sich darum, Parker! Die Brücken dürfen nicht fallen! Hier ist Bannon! Ich rücke jetzt zu den Brücken vor! Negativ, Bannon! Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Sie sollen beim Kommandanten bleiben! Haben Sie mich verstanden? Over! Der Kommandant kommt schon klar, Sir! Meine Vorhut ist schon fast bei den Brücken! Bannon! Sofort umkehren und zurück zum Kommandanten! Bannon! Melden Sie sich verdammt! Verteidigen Sie die Brücken, Parker! Engel Sie aneimung! Sie müssen die Position auf! Wir sind schon unterwegs, Sir! Herr Impuls undhen, und unterwegs! Zielbänder wird gut! Gute Arbeit! Pfing das Ziel! Sie müssen diese Position zurückerobern, Parker. Der I-Warn verschanzt sich und wir verlieren den Kampf, wenn ihm das gelingt. Parker, führen Sie jetzt einen Gegenangriff auf diese Position aus, bevor der I-Warn Befestigungen errichtet. Wir haben den Panzer durchlöschet, haben Ziel erfasst. Feuer! Weicht der Beschuss auf! Schneller laden und schießen, Jungs. Hier oder halten wir uns? Ja, wir sind unterwegs. Tempo bei der Reparatur. Flügt das Ding zusammen. Wir beheben das Problem sofort. Panzer wurde dicht. Mittelschwerer Panzer hat Ziel erfasst. Zeit bei den 9 sofort angreifen. Wart mit der Reparatur an! Tempo bei der Reparatur. Schieft den Kraft an. Wir schießen einfach rein. Brügt das Ding zusammen. Tempo bei der Reparatur. Wir werden angegriffen oder besiegt. Brügt das Ding zusammen. Tempo bei der Reparatur. Vorherwerte! Wir werden angegriffen! Positiv. Ich komme rein. Wir schießen zu Ende. Fass mich die Reparatur an. Wir werden angegriffen. Tantum zu braun! Tempo bei der Reparatur. Schieft den Kraft an. Wir werden angegriffen. Sie haben eine ihrer Einbahnfahrt an. Rettung ab. Mittelschwerer Panzer hat Ziel erfasst. Befort angreifen. Schieft den Kraft an. Wir werden angegriffen. Befort angreifen. Sie haben eine Einheitsballon. Erobern Sie diese Position zurück, bevor der I-WAN-Befestigungen errichtet, Parker. Wir verlieren sonst alles, wofür wir hier gekämpft haben. Der Panzer greift uns an. Schneller laden und schießen Jungs. Sie haben Sealer-Fahrfein gesichtet. Sie haben eine ihrer Einheiten erwischt. Missilschwerer Panzer hat sie erfasst. Halt uns jetzt mit Warn. Abwort sind zu bestätigen. Schieft und Kraft an. Artillerie in Bereitschaft. Einheit gesuchtet. Angriff! Ihr Artillerie-Kommandant. Parker, führen Sie jetzt einen Gegenangriff auf diese Position aus, bevor der I-WAN-Befestigungen errichtet. Sie sind unterwegs. Haben Sie mit Schießen mit voller Wirkung? Sperrfeuer ist unterwegs. Haben Feuerlösung erhalten. Füße von dem Weg. Ihr Artillen-Sperrfeuer ist unterwegs. Wir stehen mit der Artillerie bereit. Artillerie in Bereitschaft. Wir haben eine ihrer Einheiten erwischt. Wir greifen ein. Sperrfeuer ist unterwegs. Weicht den Besuch aus. Wir verliere uns weiter. Kommandant. Ja, Kommandant. Wir gehen in den Sperr- und Sperrfeuer. Sperrfeuer. Sie haben mittelschwerer Panzer als Sie erfasst. Sofort anklassen. Wir haben den Feind erstellt. Bestätigt. Können wir einfach ins Super-Ware los. Panzer ist abfahrbereit. Wir brauchen Sie einen mittelschwellen Panzer. Feind wurde vernichtet. Hielt auf den Feind und schießt. Sehr gut, Jungs. Weiter los. Schießender Bittfeind gesichtet. Greifen an. Hier, Inquisitor. Mission erhalten. Wir sind unter dem Sender. Doch von Nacken abfeuern. Hier, Inquisitor. Angriff war erfolgreich. Der Weitesturm ist in der Nähe. Gesichtet. Greifen an. Feindlicher Panzer neutralisiert. Ja, Sir. Mittelschwerer Panzer einsatzbereit. Ja, den roten Bastarden haben wir es gezeigt. Bannon, Sie gottverdammter Querkopf. Kehren Sie zurück zum... Panzer ist abfahrbereit. Eagle 6, bitte kommen. Wir sind umzingelt. Merde. Das ist ein Interall-Wirn. Kommandant, bitte melden. Bannon, kehren Sie sofort zum Kommandanten zurück. Das ist ein Befehl. Ja, Sir. Schon unterwegs. Das war wieder ausgezeichnet, Parker. Die Hauptoffensive beginnt in Kürze und dank Ihnen müssen wir nur gegen einen unorganisierten Haufen kämpfen. Schön, dass Sie auch die Kirche retten konnten. Eagle 6, over. Die Kirche retten Sie, overall. Klokommen Sie, gehen Sie höher careers für etwasamy LORD! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!